Willkommen zu einer neuen Folge von FragBosch. Uns erreichen immer wieder viele Fragen zu dem Thema, wie wähle ich eigentlich den richtigen Bohrer aus. Ja, solange man im Laden den Bohrer kauft, klar kein Problem, da hat man genau die Angaben auf den Verpackungen. Aber zu Hause hat man dann irgendwann mal in der Werkzeugkiste einige verschiedene Bohrer liegen, hat jetzt ein neues Projekt, will jetzt ein Dübelloch zum Beispiel bohren und sagt, welcher Bohrer davon ist jetzt eigentlich der richtige. Und dass euch das in Zukunft leichter fällt, habe ich noch ein paar kleine Hinweise oder Tipps für euch, wie man hinterher auch erkennt, welcher Bohrer ist eigentlich geeignet für welches Material. Fangen wir einfach mal hier bei diesem Holzbohrer an, der ist sehr leicht zu erkennen, denn der hat hier vorne eine sogenannte Zentrierspitze. Also alle Bohrer, die da vorne so eine Spitze haben, sind generell erstmal für Holz geeignet. Denn diese Zentrierspitze sorgt dafür, dass der Bohrer eine Führung in dem Holz bekommt. Denn Holz hat ja auch Fasern, weichere, härtere Fasern und dann könnte es passieren, wenn die Spitze fehlen würde, dass der Bohrer so ein bisschen wegrutschen könnte und man nicht genau an der Stelle exakt bohren würde, wo man eigentlich bohren will. Deswegen ist diese Spitze da, die hakt ein und führt sozusagen ein klein wenig den Bohrer. Die Spitze anzuschauen ist deswegen auch wichtig immer beim Bohrer, denn diese Wendel hier hinten, die hat nichts mit dem Bohren zu tun. Denken manche, dass da hinten auch gebohrt wird. Diese Wendel bei allen Bohrern ist eigentlich nur dafür da, um dann später den Dreck oder das Bohrmehl bei Stein zum Beispiel einfach nach außen zu befördern. Also diese Spitze hier ist ein Holzbohrer. Hat man einen solchen Bohrer, der ist ganz glatt und einfach nur geschliffen, so ein klein bisschen scharf. Dann hat man einen Bohrer, der ist für Metall speziell geeignet. Mit dem kann man auch Kunststoff zum Beispiel bohren. Speziell gedacht ist der aber auch für Metall. Hier gibt es aber auch noch verschiedene Unterkategorien, denn Metall ist nicht gleich Metall. Es gibt Bleche, es gibt Edelstähle und so weiter. Da kommen wir später noch dazu, wie man die unterscheiden kann. Aber prinzipiell erstmal glatter Kopf, einfach nur angeschliffen. Heißt, es ist ein Metallbohrer. Ja und dann gibt es noch solche Bohrer hier. Die haben hier vorne so eine Hartmetallplatte. Die ist hier eingelassen im Bohrer. Sieht auch aus wie so ein kleiner Pfeil. Und diese Bohrer sind speziell für Wände geeignet. Diese Hartmetallplatte ist einfach dafür da, dass man später mit der Schlagbohrmaschine oder mit dem Bohrhammer, wenn man den Schlag zuschaltet, diese Fläche zur Verfügung hat, dass die Material in der Wand einfach zertrümmert und klein macht. Und deswegen hat man hier so eine Hartmetallplatte vorne drauf. Also Hartmetallplatte heißt hier einfach nur, dieser Bohrer ist für Stein geeignet. Auch hier gibt es wieder verschiedene Bohrer für Granit, für Stein, für Beton. Kommen aber auch gleich nochmal dazu. Ja und dann gibt es eben auch noch Bohrer, sogenannte Allzweckbohrer, wie diesen hier. Der sieht so ein klein wenig aus, wie so eine Mischung aus dem Stein und aus dem Metallbohrer. Er hat also auch so eine Hartmetallplatte hier vorne, aber er ist auch so ein bisschen angeschliffen, ähnlich wie ein Metallbohrer. Dieser Allzweckbohrer verwendet man dann, wenn man irgendwelche Mischmaterialien hat, wo man ständig die Bohrer wechseln müsste. So ein Allzweckbohrer, aber aufpassen, ist jetzt keine Allzweckwaffe. Sprich, man kann den jetzt nicht verwenden, um alle anderen Bohrer zu ersetzen, wie ein Holz- oder Metallbohrer. Denn man erreicht immer das beste Ergebnis und die beste Standzeit, also Lebensdauer eines Bohrers, immer wenn man einen speziellen Bohrer verwendet. Es gibt aber manchmal Situationen, denken wir mal zum Beispiel an den Einbau von neuen Fenstern. In so einem Fensterrahmen, da hat man Kunststoff, man hat eine Alu-Einlage innen drin und hinten muss man dann das Loch auch durchbohren in die Wand, um den Rahmen da zum Beispiel zu befestigen. Jetzt müsste man hier die Bohrer zwei-, dreimal wechseln. Um das zu verhindern, kann man so einen Allzweckbohrer verwenden. Der bohrt jetzt in den Kunststoff, der bohrt durch das Metall durch. Hinten kann man dann auf Schlag umschalten bei der Bohrmaschine und kann dann auch direkt ins Mauerwerk zum Beispiel weiter reinbohren, um da auch gleich das Dübelloch zu senken. Also für solche speziellen Anwendungen sind solche Allzweckbohrer immer sehr, sehr gut geeignet. Ja, so kann man erstmal grob unterscheiden, welchen Bohrer verwende ich eigentlich für welches Material. Und wenn wir jetzt wissen, wir wollen zum Beispiel Metall bohren, da gibt es dann eben diese Unterkategorien. Zum Beispiel diesen schwarzen Bohrer hier. Dieser schwarze Bohrer ist speziell gedacht für Bleche, für Graugüsse und für normale Metalle und bohrt da sehr, sehr gut. Die Bohrer selbst sind immer aus dem gleichen Material, die sind aus dem sogenannten HSS, heißt Hochleistung-Schnellstahl gemacht. Aber wie die Bohrer zum Beispiel geschliffen oder ligiert sind, da gibt es Unterschiede. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stahl bohren möchte, der ein bisschen härter ist, dann habe ich natürlich das Problem, dass dieser Bohrer relativ schnell stumpf werden kann. Aus dem Grund gibt es dann diese silberfarbenen, ist eben, wie gesagt, aus dem gleichen Material, aber der ist nochmal zusätzlich geschliffen, der Bohrer. Und dadurch hält er einfach länger und hat eine höhere Standzeit bei Metallen. Bohrer ist sehr, sehr viel in Metall, gibt es auch die Möglichkeit, solche Titanbohrer zu nehmen. Diese Bohrer sind auch wieder geschliffene Bohrer verarbeitet, haben aber zusätzlich diese goldene Farbe, das ist so eine Titanschicht drauf, und die sorgt einfach dafür, dass der Bohrer nicht so schnell heiß werden kann. Denn gerade bei Metall kann es passieren, dass die Bohrer eben heiß werden, dadurch werden sie schneller stumpf. Deswegen auch hier immer darauf achten, die richtige Drehzahl einzustellen. Dafür gibt es auch verschiedene Tabellen, bei welchem Metall, bei welchem Durchmesser ich welche Drehzahl optimalerweise verwende, oder auch Hilfsmittel wie zum Beispiel Kühlmittel. Aufpassen sollte man bei den Titanbeschichteten Bohrern nur bei Materialen wie zum Beispiel Alu. Alu sollte man wieder mit dem silbernen Bohrer bohren, denn diese Titanschicht geht eine Verbindung ein mit dem Aluminium, und dann wird auch dieser Titanbeschichtete Bohrer einfach etwas schneller stumpf. Aus dem Grund für Stähle und solche Metalle sehr gut einsetzbar, bitte bei Alu den normalen geschliffenen Bohrer verwenden. Ja und dann gibt es natürlich noch die Königsklasse, diesen Edelstahl, da wird jeder andere Bohrer auch relativ schnell stumpf. Und dafür gibt es diesen Bohrer hier, der sieht so ein bisschen bräunlich aus, so Bronzefarben, und der hat eine Kobaltlegierung. Das heißt, der ist zusätzlich nochmal mit dem Material veredelt, was dafür sorgt, dass dieser Bohrer viel, viel länger hält in Edelstahl. Bitte aber aufpassen bei so einem Edelstahlbohrer, weil man jetzt merkt, in Edelstahl bohrt er sehr gut, ist man vielleicht auch versucht, damit wieder normal in Metall zu bohren. Wenn ihr damit einmal normal in Metall gebohrt habt, dürft ihr den nie wieder für Edelstahl verwenden. Denn ansonsten kann es passieren, dass die Stahlpartikel hier durch das Bohren an den Bohrer anhängen und beim nächsten Mal Bohren Edelstahl in den Edelstahl übertragen und dann kann es auch passieren, dass Edelstahl anfängt zu rosten, weil das sind eben die Stahlpartikel, die ihr jetzt durch den Bohrer mit eingebracht habt. Aber für Edelstahl der perfekte Bohrer. Wir haben ja auch gesehen, dass diese Bohrer hier vorne sehr glatt sind. Deswegen ist auch immer das Problem mit dem Ansetzen auf einer Metallplatte oder vor allem auch auf einem Metallrohr, denn dann kann es ganz leicht passieren, dass der Bohrer einfach wegrutscht. Aus diesem Grund sollte man bei Metallbohrungen immer vorher einen sogenannten Körner verwenden. Das ist so ein Teil hier, läuft hier vorne spitz zu und hat hier vorne so eine ganz kleine Spitze wie so ein Korn. Und den setzt man zuerst dann eben auf der Metallplatte auf, macht einen kurzen Schlag mit dem Hammer hinten drauf und dann hat man wie so eine kleine Delle in dem Metall drin und diese Delle sorgt dafür, dass der Metallbohrer direkt eine Führung bekommt und nicht unkontrolliert wegrutschen kann. Ja, und bei Steinbohrern gibt es eben auch verschiedene Bohrer. Ihr seht diesen hier, der so mittelbläulich gefärbt ist. Auch dieser hier oder diesen hier, der so silbern ist. Das heißt, diese Bohrer hier sind auch wieder für verschiedene Wände geeignet. Dieser silberne Bohrer ist zwar der günstigste Bohrer, kann aber auch nur bei weicheren Wänden eingesetzt werden. Das heißt, habt ihr jetzt eine normale Backsteinwand zum Beispiel, ist dieser Bohrer perfekt geeignet. Würde man hier jetzt mal in weichen Beton bohren, wäre dieser Bohrer sehr, sehr schnell stumpf. Deswegen nimmt man dann einen sogenannten Betonbohrer. Das sind diese gräulichen hier und die kann man dann wieder nehmen für Material, die etwas härter sind. Hat man jetzt einen Naturstein, wie zum Beispiel Granit, gibt es eben diese Bohrer hier. Das sind spezieller Granitbohrer. Also auch hier drauf achten, dass man auch hier immer den richtigen Bohrer für das richtige Material einsetzt. Zusätzlich sollte man natürlich auch darauf achten, was für einen Schaft haben die Bohrer. Denn bei Steinbohrer gibt es ja auch die Unterschiede zwischen den sogenannten SDS Bohrern. Die haben hier hinten diesen SDS Schaft und sind speziell eben geeignet für die Bohrhämmer, die wiederum speziell geeignet sind für sehr harten Beton, gerade wie ich ihn in Decken oder Böden oft habe. Und diese Rundschaftbohrer sind für die normale Standard-Schlagbohrmaschine geeignet. Auch das sollte man nicht vertauschen, sondern schauen, dass der richtige Bohrer auch in der richtigen Maschine ist. Ob man einen Bohrhammer oder eine Schlagbohrmaschine jeweils verwendet, für welche Betonsorte, auch das haben wir erklärt in einer anderen Folge. Ja, und dann gibt es natürlich auch viele Spezialbohrer, wie zum Beispiel hier so ein Fliesenbohrer oder auch hier so ein Forstnerbohrer. Das sind für spezielle Anwendungen gedacht. Hierzu gibt es auch entsprechende Folgen bei uns, die ihr euch anschauen könnt, damit man auch weiß, wie bohr ich richtig in Fliesen zum Beispiel oder für was ein Forstnerbohrer ideal geeignet. Ja, ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Übersicht geben, konnte euch erleichtern, demnächst den richtigen Bohrer herauszufinden zu Hause für die richtige Anwendung. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Heimwerken. Euer Dino. Wenn diese Folge hilfreich für dich war, dann folge uns einfach auf unserem YouTube-Kanal. Hier veröffentlichen wir jede Woche einen neuen Heimwerker-Tipp. Und hier sind schon mal zwei weitere für dich zum Anklicken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.